moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge blasphemous für die switch wir befinden uns immer noch auf den dächern der kathedrale erzkathedrale und haben ja noch einiges zu schaffen hier glaube ich denn wir haben immer hochguckt müssen da hoch da habe ich gestorben da rennen wir jetzt noch mal hin welchen weg müssen wir gehen also egal ist so egal kommen ja irgendwie nur da hoch ist es ein bisschen ja woher bringt das ja nichts da müssen wir nicht hoch oder quatsch natürlich auch gar nicht hin es mögen die mögen dass direkt einen hinten rücken zu bekommen überhaupt nach oben was haben wir noch ja genau da müssen wir noch durch wohl müssten wir gar nicht kann auch durchlaufen fern wir drauf müssen wir gar nicht alle besiegen hier oah schon gleich ich kann mich hier nicht oah ich kann ihn auch anders kriegen nervt mich total die viecher ich bin auch gestorben dann letzten mal also welchen weg wir sollen links und rechts ich glaube wir müssen hier längst da habe ich gestorben weil ich dachte ich könnte runterspringen aber die roten dinger kommen ja nur wenn man direkt in die nähe ist und nicht wenn man da die runterspringen das war so ein bisschen blöd jetzt warten ich bin gestorben leider aber ich habe jetzt keine los das ding zu holen muss ich zugeben jetzt stehe ich los wieder an oh jetzt ist da oben auf sich cool aber wie kommen wir denn dahin hier hinten längst oder da längst weil hier ok da kommen wir nicht hoch das ist schon mal klar gut dann sind wir hier zurück mit dem haben wir die tür oben geöffnet enger weg nach oben geben hier oben gehen aber wie zwei knöpfe ich den drückt ja ach gibt noch ein höher ok gut gut weiß zurück da könnte man sich runterfallen lassen sich gerade gehen wir erstmal nach links oder rechts aber es ist immer so schwierig wir gucken erstmal hier rein da ist auf jeden fall ein schreien zum speichern das für uns natürlich sehr gut ja ok da werde ich getroffen warum werde ich denn da trotzdem getroffen ok naja gut wissen wir schon mal dass es da unten nicht weiter geht das heißt wir müssen das irgendwie anders regeln aber gut wir fangen wieder hier das war jetzt nicht so weit so so oh nein zack alles fiehig jetzt wird das ding auch los es wird ja eine abkürzung sein wie man sieht die abkürzung kennen wir doch auch genau ok warum jetzt aber nicht von oben längs da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen aber das kommen wir jetzt noch nicht macht aber auch nichts gehen wir erstmal hier weiter das gute portal wir gehen jetzt mal rein damit ich das auch wirklich habe wollen aber nicht reisen wollen aber nicht reisen war es nichts ist ja nicht jedes mal dass da was cooles ist so jetzt haben wir das portal haben wir jetzt auch hier sagt er mir das auch an ja sehr gut das haben wir auch und dann gehen wir erstmal in eine richtung wieder oder da müssen wir jetzt nicht so auf der neue sede raus wiii wiii die tigier ist auch echt ätzend ok da müssen wir dann mit dem springen wo hin ne o nein ich bin auch richtig ich stehe mein weg es gibt so kann ich ich komme daran wir kommen wir müssen wir in die anderthalb sehr nervig der da oben okay hier oben erstmal loswerden glaube ich hier oben hier oben hier oben ich bin ja So, jetzt können wir nicht kommen Oh, der Blitz Nein Oh Zeichne dritten Zuflucht, okay Wir haben überhaupt kein Leben mehr, wir gehen trotzdem mal weiter Wir werden sterben, sterben wir halt Ist jetzt auch nicht so weit Aber Oh, hier kommt man durch Stimmt Ja, ob wir noch Kohle haben, wir irgendwas noch, guck mal hier Was kostet ihr? 13 Uhr, passt sogar Erhöht die Macht von Mea Kulpa über das Eigentlichmögliche hinaus Sie kolommiert dann weiter von der Klinge entfernt und fügt allen wegen Schaden zu Ah, okay Machen wir Der Höhepunkt ist im Fallen Er fängt mal ein paar Mal mit Müssen wir ein paar Mal nutzen, vielleicht auch Ach, da hinten noch irgendwas Scheiße, aber Irgendwie fehlt uns doch trotzdem noch ein Weg hier Also wir können da noch durch, glaube ich Oder wo können wir denn da hin? Da waren wir ja auch schon Aber da gibt es noch einen Weg da unten, da kommen wir aber nicht hin Aber hier gibt es ja auch noch einen Weg nach unten Wie kommen wir denn da hin? Ist die gute Frage Jetzt gehen wir mal aus Jetzt geht es, dass die anderen lieber eher da sind Aber hier stehen wir bestimmt gleich Oh Ja So, hier gibt es noch einen Weg hier unter direkt Da unten können wir noch rein Das heißt, wir müssen Ich kann da nicht laufen, okay Guck mal, da sind noch zwei Wege Warte, wir gehen nochmal hoch Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da runter? Eine sehr gute Frage Obwohl, es gibt da hinten noch einen Weg, ne? So aus zumindest Gehen wir nochmal hin nochmal Da bin ich verkehrt Nein Oh Ich habe da noch einen Weg gesehen, da bin ich blöd Mann Ist nicht in Ruhe Ne, wir sind zurück Hier ist das noch runter, kann, oder? Nö, kann man nicht Komisch Das Problem ist, wir kommen Es gibt doch nur diesen Eier Gibt doch nur diesen Eier eine Möglichkeit, da hinzukommen Nein, weiß ich auch nicht Ich komme hier auch nicht weg Obwohl nicht da ist der Weg Aber wie kommen wir denn hier weg Aber wie kommen wir denn hier weg? Hä? Wie sehe ich? Also, wir sind jetzt hier Wir können wieder hochfahren Aber ich kann hier nicht runterkommen Ich will hier mal abspringen Aber das geht halt nicht Und das geht Hm 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 Ja. kann ja aber hier geht es ja runter da geht es ja irgendwo runter da aber ich komme da nicht runter ich weiß nicht wie der eingang so in der mitte von von dem raum ist da aber also beziehungsweise nicht runter nicht wie das bringt das an 8 Okay, was man Was man natürlich machen kann Warte mal, gucken, ob das klappt Der Fahrstuhl muss ja weg, sonst können wir nicht da runter Aber wir können ja Da ist ja eine Stelle, wo wir wieder hochkommen Das heißt, wir können mit dem Fahrstuhl runterfahren Auf der anderen Seite wieder hochklettern Oder bin ich jetzt verkehrt? Ne, das muss doch richtig sein, ne? Wir fahren mit dem runter Glaube ich Also wir fahren jetzt mit dem runter Und laufen dann nach links Wenn ich nicht ganz dörschig im Kopf bin Genau Dann wollen wir gar nicht mit dem Dann könnten wir doch jetzt da wieder hochklettern Oder bin ich blöd? Was hier? Ja, genau Das geht ja, dann ist der Fahrstuhl unten Wir könnten da runter springen Ja, okay, das ist wohl der richtige Weg Und so steht man so ein bisschen auf dem Schlauch Oh, na? Oh 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 Trümmer Nein Ich bin immer wieder drübter, oder? Ja Jetzt Yes Ich würde sagen, das ist der richtige Weg Sehr gut Das sind wir einmal speichern vorher Obwohl Im Endeffekt ist es egal Das Leben haben wir ja noch Guck mal, jetzt sind die unten Und wir können auch einfach runterhüpfen Ich bin da jetzt an seinem Haken hängen geblieben Ist das euer Ernst? Oh, ich hoffe, dass der Fahrstuhl unten ist Sonst wäre es so richtig Leute, was ist da los? Sind wir im Fahrstuhl vorbeigesprungen? Sind wir im Fahrstuhl vorbeigesprungen? Ja Ich hoffe, der Fahrstuhl ist weg, es ist echt ätzend Ja, okay Nein Sind wir so mit Hier ist einfach runter, oder? Geht nicht Warum geht das nicht? Crazy Verstehe ich nicht Verstehe ich wirklich nicht Nein, hier unten, nach oben wollte ich Ach, scheiße Hm, also, wie kommt man denn da hin? Ich habe aber gesehen, dass da Türen sind Kann man denn vielleicht Man muss es ja irgendwo einen Weg noch da runter geben Gucken wir mal was mal auf Gucken wir mal nach oben Gucken wir mal nach oben Also hier kann ich nicht runterspringen Ich dachte, das wäre jetzt die einfachste Lösung gewesen, finde ich Aber es geht anscheinlich Und wenn wir jetzt hier Wieder ein Weg, der runter geht Kann ich hier runter hüpfen? Ja auch nicht, oder? Geht man auch Guck Das ist auch verkehrt Hm Stehe ich am Schlauch Keine Ahnung, wie das funktionieren soll Man muss doch da Das war doch richtig, was ich gemacht habe Den Fahrstuhl hoch, also unten lassen Dann kann man da runter springen Aber irgendwie will er das nicht Hä? Hä? Da steht man Da kann man also nicht lenken Den Weg gibt es nicht Von der anderen Seite vielleicht nochmal gucken Warte mal Warte mal, wir gucken mal Gibt es noch die andere Richtung Also hinter dem Fahrstuhl Ob es da irgendwo noch ein Loch gibt Wo man runter kann Sonst Weiß ich nicht wie man weiterkommen soll Und hier runter? Aber nicht, hier steht man doch auch Okay, also von den beiden an geht es nicht Also wie kommt man denn da zu den Türen hin? Keine Ahnung, was man da noch machen kann Aber irgendwie muss es ja Ähm Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Richtige ist, was ich hier mache Und so da runter kommen kann Aber Ähm Runterspringen geht ja nicht Dann sagt er immer gleich Ich sterbe Ähm So Also wir können nicht runterspringen Aber gibt es denn irgendwas, was Ups Irgendwas, was wir haben vielleicht Was wir nutzen können Hier Warte mal Irgendwas, was wir nutzen können vielleicht Was ist das denn hier Auf ewig im Sand konserviertes Blut Ein Schimmer der Silber Ja Sehr Aber richtig haben wir was nichts hier Gut Ähm Ich weiß wirklich nicht, was wir machen können auch hier Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles Was ich alles probiert habe jetzt Aber ich komme da eigentlich nicht hin Ähm Und deswegen Gehen wir auf den anderen Weg Gucken wir jetzt erstmal drüben auf der anderen Seite um Ähm Bevor ich jetzt hier endlos weiterlaufe Schreibt mir noch in den Kommentar, was ich machen kann Ich weiß es nicht Ähm Keine Ahnung Ach Ich wollte runter Nicht hier längs Ach Ich wollte runter Aber da kommen wir ja auch nicht rüber So Okay Okay So wir gehen hier längs Jetzt Gehen wir rein Jetzt gehen wir rein Oh Doch Das wird dumm von mir So kann man das leben können Nein Und gestorben Shit Ja So ist das ne Ähm Wenn man das irgendwas zu schnell will So nochmal zurück Ja Scheiße Das ist wirklich echt doof Also ich mag das nicht wenn ich irgendwo nicht weiter komme Und ich auch keinen Sinn darin sehe irgendwie nicht weiter zu kommen Deswegen Oder helfen kann ich auch nicht ne Ich hab das gemacht Ja Ja So Nervig Oh Boah Bild wackeln ist echt nervig zwischendurch ne So Genau Und dann gehen wir jetzt weiter So Wir laufen jetzt hier weiter Ähm Zu dem anderen Level Und Dann glaube ich machen wir auch schon Schluss für heute Es ist natürlich ein bisschen ein langweiliges Level gewesen Weil ich wirklich alles erforscht habe und nicht weiter gekommen bin Aber Ähm So ist das ne Man kann ja nicht immer nur Fortschritt zeigen in Videos Ähm Hoffe ihr seid trotzdem beim nächsten Mal dabei Ja Und ich speichere jetzt hier Und dann erforschen wir das hier ab nächstes Mal Bis dahin Ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020